Yo, moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal geht es auch wieder um GTA Online, denn heute wurde das neue Halloween DLC hinzugefügt. Aber was bedeutet das denn für uns? Natürlich gibt es jetzt ein neues Fahrzeug, was wir uns kaufen können. Ein spezielles Fahrzeug und zwar dieses gewisse Batman-Mobil. Aber Leute, dieses Batman-Mobil ist irgendwie, naja, wie soll man es ausdrücken? Recht teuer. Passt irgendwie ganz gut. Da ich persönlich 3,75 Millionen Dollar ein bisschen viel finde für ein Fahrzeug. Und ihr müsst nochmal überlegen, Leute, das Fahrzeug müsst ihr auch noch auftunen. Ihr müsst es natürlich nicht, das ist ja falsch gesagt, aber ihr könnt es auftunen. Denn ihr könnt ja noch Raketen dran bauen. Da dieses Fahrzeug ja Waffen hat, ist es natürlich dann klar, dass man es in einer mobilen Einsatzzentrale nur tunen kann. Ich schätze mal persönlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in normalen Los Santos Customs könnt ihr es wahrscheinlich nicht auftunen. Deswegen braucht ihr die mobile Einsatzzentrale. Denn dort könnt ihr dann auch noch Raketen hinzubauen, was nochmal 180.000 Dollar kostet, soweit ich das jetzt nochmal richtig weiß. Aber Leute, sonst könnt ihr mit einem Fahrzeug eigentlich nichts Großes anstellen. Ihr könnt zwar eine Panzerung reinbauen, eine Federung, einen Tobolader und so weiter und so fort. Aber das Fahrzeug wird dadurch nicht wirklich besser, sag ich jetzt mal. Natürlich, das Fahrzeug hat ein Turbo. Diesen gewissen Raketenschub. Ist natürlich irgendwie recht cool und lustig, keine Frage. Es macht auch irgendwie richtig Spaß, damit drinnen zu fahren, keine Frage. Aber Leute, ihr müsst mal überlegen, knappe 4 Millionen Dollar für ein Späßchen, was jetzt mal kurz fährt, da das Fahrzeug ja neu ist und danach nie wieder wirklich fahren werdet. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und vor allen Dingen, Leute, was auch irgendwie niederschmetternd ist, das Fahrzeug sieht ja schon richtig heftig aus, beziehungsweise sieht auch richtig gepanzert aus. Nein, Leute, es ist nicht gepanzert. Es ist null gepanzert. Zwar könnt ihr natürlich eine Panzerung draufkaufen, aber das bringt so viel wie, ja, wie eine Fliege, die gegen eine Glasscheibe fliegt. Denn das Fahrzeug explodiert nach einer Explosion. Mit einem Raketenwerfer. Das ist jetzt nicht irgendwie viel. Ich hatte wenigstens gehofft, dass es eine Explosion aushält, aber nein, es geht einfach kaputt. Na gut, aber so ist es halt. Das Fahrzeug ist halt nicht gepanzert gegen Explosionen. Sonst ist das Fahrzeug vom Design her recht schnike. Und mir gefällt es persönlich auch vom Design her zu mir persönlich. Aber trotzdem 4 Millionen Dollar davor auszugehen, na, kann man vielleicht besser investieren. Aber Leute, wenn ihr noch am Überlegen sagt, soll ich mir das Fahrzeug holen oder nicht? Nach diesem Halloween DLC wird es erstmal nicht mehr wieder da sein. Erst beim nächsten Halloween, also Halloween 2018, könnt ihr es dann nämlich wieder kaufen. Das bedeutet auch wiederum, ihr könnt jetzt bei 2017 Halloween auch alle Fahrzeuge kaufen, die es bei jemals bei Halloween gab. Also die Jahre davor immer. Denn die sind jetzt wieder für euch sichtbar. Aber wenn ihr das Fahrzeug einmal kauft, ihr müsst es nur einmal kaufen. Danach könnt ihr es auch jedes Mal wieder neu kaufen. Egal welche Jahreszeit. Ihr könnt es auch in zwei Wochen nochmal neu kaufen oder zwei Monaten oder im Sommer. Das Fahrzeug bleibt im Internet-Shop erhalten, sobald ihr es einmal gekauft habt. Aber natürlich ist es nicht das einzigste, was heute hinzugefügt wurde. Denn es gibt einen neuen Gegner-Modus. Natürlich auch wiederum mit Doppelt-Geld und Doppelt-RP. Der neue Gegner-Modus nennt sich Condiment. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, egal. Auf jeden Fall ist es halt wieder so ein Halloween-Gegner-Modus. Generell die Halloween-Gegner-Modus sind da recht gut gemacht. Und ich spiele sie persönlich auch sehr gerne. Zum Beispiel, bestes Beispiel Schlitzer. Da habe ich immer gerne gespielt, weil das einfach Bock macht und auch noch spannend ist. Na gut, ich habe diesen Gegner-Modus natürlich noch nicht ausprobiert. Aber Leute, es lohnt sich wahrscheinlich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Alleine schon wegen Doppelt-Geld und Doppelt-RP. Natürlich gibt es auch noch die klassischen anderen Sachen, die es vorher bei den Halloween-DLCs auch gab. Es gibt wieder Gesichtsmasken, es gibt wieder Klamotten und so weiter und so fort. Aber das könnt ihr euch einfach jetzt selbst mal nachschauen. Denn das Halloween-DLC wird ungefähr für eine Woche, vielleicht auch sogar zwei Wochen da sein. Aber nur gut, das war jetzt mal ein kurzes Statement zum Halloween-DLC, beziehungsweise einfach mal die Info, es ist da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber wir spielen jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.